Liebe Zuschauer, Teil 1 unserer neuen Partyreihe bei Studio 47, Besser feiern mit König Pilsener Lämmen. Und ich habe mich heute mal auf den Weg in den Duisburger Süden gemacht, um genau zu sein nach Duisburg-Rahm. Wir sind hier bei der Turnerschaft Rahm und auf dieser Platzanlage, da gibt es die Terry-Range, wie hinter mir zu sehen. Terry, Terry wurde gestern 60 Jahre alt und das wird heute groß gefeiert. Und was haben wir im Gepäck? Wir also, auf geht's! Und ich bin bei dem Sieger unserer ersten großen Premium-Party angekommen. Bei mir ist Terry Plumtree und Terry, du wurdest gestern 60 Jahre alt, herzlichen Glückwunsch erstmal. Dankeschön. Und wie viele Leute sind heute hier? Ich schätze im Moment 90. Ich habe mir noch nicht durchgezählt. Okay, also unsere Kästen, die wir dir mitgebracht haben, die reichen auf jeden Fall für den ganzen Abend. Jetzt sag mal, du hast einen ganz besonderen Akzent. Bist du Ur-Duisburger? Nein, ich bin Engländer. Okay, aber wohnst du schon seit Jahren in Duisburg, oder? 30 Jahre. Seit 30 Jahren. Und hast du dich schnell an unser Bier gewöhnt? Das ist das beste Wort, gibt's. Oder? Hallo zusammen. Hallo. Ich grüße. Hier wird also gegrillt? Ja, klar. Okay. Was gibt's heute Leckeres alles? Koteletts, Würstchen, Krakauer, natürlich Terrys Geburtstag, ist ja Engländer. Typische Speise darf nicht fehlen. Dicke Bohnen. Dicke Bohnen. Die haben wir hinten, beziehungsweise Kidney-Bohnen. Alles klar, wunderbar. Und ich sehe, ihr habt nur fünf Würstchen hier liegen. Ich habe noch 60 dabei. Super. Weil da ist nämlich wirklich knapp mit. Und da freuen wir uns natürlich tierisch drüber. Und bedanken uns schon mal. Nicht dafür. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Wunderbar. Ohne Bohnen geht überhaupt nichts. Warum hat denn der Terry es verdient, dass er heute von uns sozusagen diese Premium-Party auch mitgesponsert bekommt? Das ist ein ganz lieber netter Kerl. Der Terry, der ist, der Terry ist, Terry ist Terry. Terry ist der beste Kumpel, den es gibt. Das ist halt unser Terry. Okay. Und ihr seid so richtige Cowboy-Meetsen, so richtige Cowgirls oder rennt ihr nur heute so rum? Nein, wir rennen nur heute so rum. Gehen wir davon aus, dass wir nur heute so rumlaufen, oder? Obwohl, sieht ja nicht schlecht aus, oder? Nein, es sieht sogar sehr schick aus. Und ich will euch beim Feiern auch gar nicht weiter stören. Viel Spaß machen. Einen schönen Abend noch. Danke. Prost. Ciao. Ciao. Und das war sie, unsere erste Premium-Party hier aus Rahm, Terry, 60. Geburtstag. Ich glaube, hier wird noch viele, viele, viele Stunden weitergefeiert. Ich freue mich auf die nächste Party. In der Woche ist es wieder soweit. Und mal sehen, wie wir dann überraschen werden. Bis dann. Es hat noch kaum mehr überras l 17 Hause, hayır bzw. Wir sehen, wie wir dann bei NDR. Bis dann. S mind. Bis dann.